Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Cartoon Game und zwar Lucky Tower Ultimate. Das Game haben wir vor ca. 6 Monaten schon mal angespielt. Hier ein Clip. Oh, oh, lass mich. Ich lauf einfach. Und jetzt ist die Vollversion am Start inklusive deutscher Übersetzung. Let's go. Oh Junge, ich hab das Spiel damals so geliebt, den ersten Teil. Den konnte man nämlich kostenlos im Internet. Das passiert mir auch. Plötzlich bin ich in so einem Tower. Ohne Hose. Raum betreten. Ja, okay, wir gehen mal. Ja, das glaube ich auch. Ich geh hier rein. Hi. Na? Ah, okay. Ey, ich muss kurz gucken, wie man die Sachen nochmal drückt. Wie kann ich den Hebel betätigen? Oh, ich schlage ihn einfach. Okay, schlagen ist gut. Oh, sorry. Okay, mit B werfe ich Sachen und mit Y hebe ich sie auf. Nein, ich hab den Frosch gegessen. Okay, so, dann gehen wir hier einfach kurz drüber. Super. Oh Gott. Ey, ich werde wahrscheinlich wieder so oft drauf gehen. Okay, ich werde drauf gehen. Aber ich werde... Oh. Was? Wer schreit da? Ah! Hui. Alter, da... Okay, okay. Warte, ich nehm den. Okay. Sechs Gold, dann krieg ich da so ein... Ne, ich hab, glaub ich, keine sechs Gold. Ich nehm den. Hier, take this. Oh, was? Danke, Nettanzi. Ah, genau. Das ist irgendwie unsere Leben, sind irgendwie unsere Zähne. Nein, hör doch auf, wie man den Frosch zu essen. Ja, wichtig im Spiel sind immer die verschiedenen... Möglichkeiten. Oh, oh, nee, da geh ich nicht rein. Gucken wir hier. Oh, oh. Oh, oh, oh. Warte mal. Wenn er da längs geht, dann schlage ich das gleich kaputt. Ich kann's irgendwie nicht durch. Okay. Bruder, eins gegen eins. Oh, oh. Oh. Entschuldigung. Hey. Okay. Ah, guter Schlag. Bam. Oh, ja. In die Fresse. Tschüss. Oh. Nee, warte. Okay, hab ihn fertig gemacht. Ich hab das Gefühl, dass das... Ist das ne... Oh, es war richtig. Okay, warte. Ich nehm... Für... Für... Damage. Oh, hi, hi. How about you tell me a joke? Was hat vier Backen und fängt mit Z an? Zwei hinter... danke danke okay cooler typ cool okay wir leben mitte das jungen sehr gut ihn habe ich gegen die wand geklatscht ich will diesen ich will den dolch auf den dolch wegzuwerfen ja sehr gut und das gold nehmen wir auch noch mit okay aber ich kann nicht doch ich kann trotzdem ein so dann gehen wir hier ja ja er hat mich provoziert und das eine bahn warte mal wir check mal das geht hin und das andere okay 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 ich nehme alles mit okay ich wurde hochgeworfen aber ich glaube ich mein mit dieser rüstung hatte ich irgendwie ins schurz hey na leute nein danke für das auge oh nein goldene mitte hey nee warum ich habe ich will dieses auge doch nicht jetzt habe ich das auge gegessen oh gott das ist richtig mies over jetzt nicht zappelt er der dritte muss halt draußen sein aber so weit komme ich dann nicht okay geschafft sehr gut und weiter und weiter ja perfekt wieso kann ich da nicht nein ich hab doch hier mein mein okay ich habe angst mein auge juckt mein schwert und mein schwert ist hingefallen wenn ich die das und come from loafing around pal bring on the odds all right watch closely and tell me where the marble went one try only oh gott nein guess or make a mess oh gott da links well rechts rechts take cup right out of sight yeah let's go nicht traurig sein an overwhelming victory due to my amazing intellect oh sorry oh nee ich wollte nicht hauen aua er hat mich kaputt geschlagen oh nein jetzt sind wir wieder alter jetzt sind wir wieder hier du willst mich doch verarschen okay so einen nehme ich diesmal mit unser ziel ist es auf jeden fall in die stadt zu kommen weil soweit ich weiß kann man da glaube ich abspeichern von da aus neue abenteuer starten hey fellow adventurer abenteurer kollege let's escape together ready for the next challenge ah ja guck mal i'd give you my shell if i could you seem very vulnerable don't worry i can protect myself ja ja eben oh ja ja genau los schlag sie wir müssen die kaputt machen oh gott ein zauberer ein zauberer ja oh oh ja gut wir müssen nur drauf warten dass wir hier ja 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 super gut gut okay ich glaube ich bin gut 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 mir gut 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 Hier ist wieder ein Zauberwaffe. Eine ausgezeichnete Fernwaffe. Oh, warte, gucken wir mal. Oh, Alter, was? Das ist ein super Zauberding. Oh, oh, oh Gott. Warte, oh, oh Gott. Junge, wie soll ich das, wie soll ich das durchkommen? Ah, jetzt schau ich das, warte. Okay. Warte, jetzt. Oh. Au. Alter, Junge, okay, okay, alles geil. Alter. Also ich muss sagen, Gabe bockt. Ich liebe auch einfach diesen Grafikstil. Ich liebe einfach so... Danke. Danke. Anlegen, ja. Aber ich, also weil wir haben volle Zähne. Ähm, ich, ich liebe einfach Cartoon Games. Da, Kaja. Bap, 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 bap. Sehr gut. Oh. Oh. Raus. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh. Hi. Ähm. Oh, aua. Oh, kann das sein, dass wir dadurch total viel... Das wird total viel... Alter, aua. Oh Gott. Au. Ähm. Hallo. Super Megabug. Hilfe. Spiel. Hä? Also augenscheinlich... Ich glaube, ich muss eine F4 an. Hi, da sind wir. Ah, hey. Ja. Wir haben dich richtig vermisst, Schildi. Wer bist du denn? Oh, oh, oh. Oh Gott. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Gegen die... Au. Ich hab'n Zahn verloren. Dafür prügeln wir alles aus dir raus. Und ich fress dich. Haha. Ich find's ja eigentlich ganz gut, dass wir alles fressen können. Oh, ja. Schnell, Schildkröte. Gut. Speedrun. Oh, hi. Nee. Nee, das werd ich nicht trinken. Das sah, also wirklich, das sah aus wie mein Ende. Oh, okay. Sure. I send's a legend in the making. I can't help you with this room. Okay, ja, dann lass uns Mitte gehen. Oh, oh. Okay, hier. Das ist, das ist der Raum. I can't help you with this room. Ähm, ja. Bruder. Warte mal, da müssen wir im richtigen Moment springen, oder was? Ah, diese Etage wurde gesprengt. Wir hätten wahrscheinlich schneller zur nächsten Etage gemusst. Oh, warte mal. Ich würd gern wissen, ob ich hier, da müssen wir einfach, ja, sprengen. Okay. Hey, na. Wir haben leider keine Kohle. Oh. Take this. It's dangerous out there. Bitte. Hi. Ja. Oh. Oh, er kassiert doch die ganze Zeit. Aua. Oh. Du mieses, mein Zahn. Hey, hey, hey. Ah ja. Jetzt. Ja. Plündern. Ja, ich hab, ich hab mich geplündert. Verpiss dich. Warte, ich will deinen, ich will deinen Zauberstab. Oh, was war das denn? Ein Genie. Ich wünsch mir... Stärke. Okay. Okay. Das klingt doch eigentlich gut. Obwohl ich eigentlich nicht mit der Flasche zuschlagen will. Hey. Was? Nein, das war ein Fehler. Okay, sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Ich sollte aufhören, random Leute zu hauen. Aber das war, das war jetzt wirklich eine, eine richtig miese Aktion. Oh Gott, Alter, die sind mega equipped. Die hatten krasse, krassen Kram. Aber ich glaub, je tiefer man kommt, umso... Oh, Alter. Okay. Den hat's really erwischt. Was denn? Hey, Boys, my hair is no money. Uh. Oh, das war knapp. Sorry for killing you. Ja. Tut mir wirklich leid. Aber es war entweder... Du? Oder ich. Oh, wer bist du denn? Komm mal her hier. Springst du da rüber? Du bist schlau. Oh. Ja, aber... Au. Wow. Lauf. Uh. Oh nein. Was ist das? Ah, guck mal, jetzt haben wir so'n... So'n Armor. Okay, warte mal. Ganz links waren wir noch nicht, ne? Ah, stimmt. Ja, wo die krassen Typen sind. Okay. Aua. Oh, okay, nice. Wir haben dann die... Schmeiß den Kram weg. Das Ding hätt ich gern. Was geht hier? Oh, da sind irgendwelche... Fleischerha... Oh, Alter. Schnell rein. Uh. Oh, hi. Nein, hör auf mir, meine Sachen zu klauen. Nein. Hör auf. Ja, okay. Er hat mich davon kommen lassen. Weil das wäre... Ich hab jetzt endlich mal ein bisschen Ausrüstung. Oh Gott. Oh, nee, 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 nee. Das war, glaub ich, dieser Kranke. Oh ja. Das sieht doch besser aus. Oh ja. Ja, ja, ja. Wer bist... Ah, du bist der Beekeeper? Ist in Ordnung. Zack. Oh, was geht hier? Ich hab Angst, dass ich hier irgendwo davor noch einfach runterfall. Dann lass ich's lieber hier rein. Dann ganz links. Nein. Oh. Warte mal, müssen wir denn hier längs? Oh ja. Ich hab' mir erwischt. Okay. Oh, was denn? Ähm. Ja. Ah. Ah. Rein. Uh. Komm, Leute. Wir sind doch jetzt... Oh, hey. Das ist das Ding, das du hältst. Nein. 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 Okay. Okay. Sie sehen wie ein nice guy. So, warum nicht? Ach. Jetzt hab' ich wieder keine Waffe. Hi. Uh. Okay. Sympathisch. Ja. Ja, ja, ja. Rein. Und raus. Schnell durch. Oh ja. Ah, nein. Nicht das. Bitte jetzt nicht wieder buggen oder so. Okay. Uh. Nein. Hier rein. Junge, ich möchte doch einfach... Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh. Wie? Warte. Hier kommen wir hin. Hier rein. Oha. Junge, so weit waren wir noch nie. Oh, wer bist du denn? Au. Nein. Nein. Oh, Mann. Jetzt bin ich wieder... Ich bin wieder ganz oben. Junge, willst du mich verarschen? Okay, gib mir den Kram hier. Oh, das ist krass. Aua. Okay, das ist krass. Obwohl wir... Vor allen Dingen, der Heimister da unten... Hat er uns ja gewoneshottet. So, wir haben jetzt so einen komischen... Eigentlich haben wir einfach nur einen Müllsack. Junge, ich dachte, wir wären so... So krass. Ja, danke. Ich hab das Auge gegessen. Oh ja. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich versuch da einfach... Oh. Nichts passiert. So, dann wieder hier rein. Sind wir weiter unten. Ah, man kann auch auf den Dingern hier laufen. Das hab ich jetzt erst gesehen. Zack. Oh, hier wartet irgendwas... ...Gemeines. Aber warte. Jetzt hier wieder rein. Und hier sind wir jetzt wahrscheinlich... Oh ja, guck mal, Alter. Oh ja. Was ist das Griechen? What the floor doing on the floor? Oha. Junge erst. Oha. Junge erst. Zack. Aber wir haben... Oh, wer seid ihr denn? Hi. Du könntest mir deine Waffe. Hallo, Schleim. Oh Gott, oh Gott. Hallo? Vor allen Dingen hier sind jetzt... Oh, ne, 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 mit dem will ich mich nicht anlegen. Oh, hier geht's weiter runter. Oh, schaffe ich den Sprung? Gegenstand auf Hebel werfen. Ach, komm. Ach, du willst dich doch verarschen. Kann ich hier irgendwas... Hier, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab nix mehr. Oh, ne, da ist dieser Schleimding. Okay, dann muss ich bei ihm hier rein. Okay, warte, ihn lock ich. Guck mal, er will ja den Stress. Boah, Junge, ey, er one-shottet mich. Also, okay. Das Ding ist, wir müssen diese Außendinger... Sind ziemlich OP, oder? Also, wenn wir das Ding bekommen, müssen wir es eigentlich immer... Immer benutzen. Ja, danke. Fressig. Oh, ja, chill. Oh, ja, chill. Easy. Oh, nein. Retreat! Nein. Oh, Mann, ich hab den Lauch gegessen. Das war lucky. Oh, warte, 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 stopp, 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 zurück. Den können wir eigentlich gut gebrauchen. Und runter. Wir haben uns eigentlich schon ein bisschen eingespielt. Warm gespielt. Nein. Das Beste im Leben. Meine Familie. Was ist das denn jetzt? Ich bin ein Affe. Oh, Gott. Au. Okay, ich wollte von ihm eigentlich auch gar nichts. Ich bin eigentlich froh. Wir sind ganz gut equipped. Oh, sch... Oh, scheiße. Okay. Wir müssen aus diesem Trakt hier raus. Wer bist du? Scheiße. Alter, der Junge, wer bist du denn? Er hatte den dicken Loot. Hier kommt immer was Neues. Weil das war jetzt auch zum Beispiel wieder ein Event, was wir noch nie hatten. Oh, nein. Sorry. Der war einfach auf Toilette gerade ein bisschen am Kacken. Hey, neuen Kollegen. Ja, ja. Ja, komm mit. Einfach German, let's play, Leute. Einfach, Männchen. Endlich bist du da, komm. Goldene Mitte. Käpt, geh, 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 du musst, du musst gegen sie kämpfen. Genau. Sehr gut. Nein, 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 nein. Der ist schon, der ist schon gut so. Rein. Oh, danke. Endlich mal, endlich hilft er uns. Oh, er hat einen Schlüssel. Ja, der Schlüssel ist runtergefallen. Sollen wir den Schlüssel mitnehmen? Oh, ja. Nein. Ich will das nicht. Ach, komm. Oh, du. Ohne Witz. Ja, ich würde auch denken, dass es nicht allzu schwer ist. Aber ich bin, 33 Minuten. Oh ja, komm, trink. Okay. Bam, 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 bam. Oh, du. Oh, hier braucht man einen Schlüssel. Ja, bringt uns nix. Solange wir den Schlüssel nicht haben. Und der hat keinen Schlüssel dabei. Oh, kann es sein, dass wir... Oh, er hat den Schlüssel. Komm her. Ich würde sagen, wir holen uns das Ding trotzdem, weil da muss doch in der Truhe... Junge, wo man sogar einen Schlüssel braucht. Da muss doch was Heftiges drin sein. Nichts. Das ist einfach nur Gold drin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mir geht es immer schlechter. Kann das sein? Ich bin mittlerweile schon komplett gelb. Gelb? Farbenblind ist er auch. Grün. Hä? Wo geht es denn weiter? Na, dann müssen wir... Hier muss es irgendwie weitergehen. Also, ne, nicht hier. Sondern hier. Hooray! Hooray! Ei. Kommt wieder der Ekelige? Ja. Als ob wir sind davon draufgegangen. Dieses Spiel! Oh, sorry. Ich finde es geil, wenn die da so gerade am Kacken sind. Hey! Ja, Digga, wir haben uns schon tausend Mal gesehen. Ich würde das gerne aufheben. Oh, da wird wieder einer. Oh. Oh, ne, das sieht schon... Oh. Lass mal hier rein. Ja, das sieht doch besser aus. Warte. Ja, der Typ muss hier... Warte, dann bleibst du da. Du bleibst da. Okay, ich kann... Okay, wir können da nicht weiter. Wir brauchen tatsächlich jemand anderes. Oh. Oh, ja, ja, den können wir... Den nehmen wir. Mobbing Kreis. Perfekt. Schmeiß rauf. Und runter. So, how are you feeling today? Fine, I guess. Hey there, adventurer. Take this with you. Nee. My mom taught me to say thanks. So thanks, creepy weirdo. Ich will kein... Also, das war so ein Gehirn oder so. Und ich kann mir... Oh. Ich kann mir vorstellen, dass das Gehirn... Umge... Oh. Didn't see that coming. Ach, ey, das ist ein Stil. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das war wahrscheinlich, weil wir ihn aufgeweckt haben. Ey, ich habe das Gefühl, wir sind schon auf eine Million verschiedenen Arten draufgegangen. Also, wirklich. Jetzt... Ich nehme dich und ich schüttel dich. Aua. Oh. Und das war wieder eine neue... Das ist... Oh, hi. Mama. Super. Super. Oh. Ei. Au. Ei. Okay. Oh, nein. Einfach nur. Oha, das sieht krass aus. Oh. Oh, sie hat es erwischt. Alles gut. Mach dir keine Sorge. Maria. Ich nenne dich einfach Maria. Oh, was ist das? Was ist das? Hey. Was? Oha. Oder? Oh, nein. Gleich kommt wieder... Ja. Ja, aber was soll ich denn mit dem Auge? Weiß jemand, was das Auge bringt? Boah, Alter, sie... Was hat sie denn gerade geworfen? Wir kommen gut. Aber... Ja. Gut. Ich finde es super. Okay. Aua. Oh. 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 Okay. Oh. Okay. Nein, 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 nein. Okay, komm mal. Oh. Diese darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Die machen nämlich plötzlich so einen... Ja, so einen krassen Angriff. Okay, einfach durch. Einfach durch. Lauf, lauf. Oh, ja. Oh, ja. Das ist gut. Oh, Gott. Wo ist sie hingesprungen? Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Okay, alles gut. Wir müssen einfach schnell weiter. Oh, das sieht nach Schmerzen aus. Oh, ja, da ist sie. Rein. Oh, Gott. Oh, nee, jetzt sind wir schon wieder bei diesen... Aua. Und los. War gar nicht schlecht. Warum geht es hier nach oben? Scheiße, wer bist du? Oh, Gott. Ich dachte, es wäre eigentlich voll easy, hier bis zum Dorf zu kommen. Aber es ist ein einziger Albtraum. Also, das Game macht unheimlich viel Spaß. Hi. Weil irgendwie immer wieder was... Ich meine, wir gehen ja immer nur den Turm runter. Aber irgendwie passiert immer wieder was Verrücktes. Oh, ja, Alter. Es schlägt sich richtig zusammen. Sehr gut. Okay, was können wir hier machen? Ich will es nicht wissen. Komm, wir gehen. Du hast einfach... Warum trägt der eine jetzt einen Stuhl? Oh, jump. Oh. Bruder? Du bist ja... Vorsicht. Wir brauchen gar nicht, was da eine Truhe ist. Das eine Mal war da auch nur Schmutz drin, oder? Einfach weiter, Brudi. Nee, 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 nee. Nein, nein, das werden wir nicht trinken. Aber er ist weder trustworthy noch sonst was. Der ist ein schlimmer Finger. Oh, was ist, Alter? Oh, nein, wir sind... Das war's. Das war's. Woher kommt der... Ich glaube, unser Kollege ist weg. Aber der konnte jetzt auch... Der konnte jetzt beim besten Willen nix machen. Alter, ich hab auch so einen geilen Besen. Haben wir. Nee, warum ist hier nur eine Truhe drin? Aber wir haben zum ersten Mal ein cooles Schwert. Aber kann es sein, dass wir den Einweg da kaufen müssen? Oh. Hi. Bist du immer noch da? Oh, er ist gegen die Wand gelaufen. Ausgezeichnet. Oh. Kann ich hier rein? Ja. Hä? Was soll ich hier machen? Ich weiß nicht, ob ich den Hammer nehmen sollte. Ah, hier müssen wir... Ah, okay, warte. Okay, wir müssen beides hinter uns lassen. Schade. Uh. Okay. Ja, haben wir fünf. Das ist, glaube ich, alles... Ja. Fünf. Ich dachte, er wird mir jetzt irgendwas geben. Oh, Schlüssel. Oh. Zick. Okay. Ist der Schlüssel jetzt unsere Waffe? Auch in Ordnung. Uh. Es geht tief. Vielleicht zu tief. Uh. Oh, Alter. Dirty. Dirty. Uh. Oh. Was bringt... Was bringt das Ding? Hilfe. Lass mich. Alter. Schnell. Uh. Dieser Fleischerhahn. Und rein. Alter. Dass wir das gerade überlebt haben. Hi. Nimm... Nimm den... Ja. Genau. Schütteln. Hallo. Oh, nee. Wo kommt er? Wir bleiben hier. Nee, er kommt aus der... Oh. Ja. Ja, genau, Mann. Ich hatte doch alles. Er kommt aus der Wand. Leute. Ey. Es war frustrierend. Aber irgendwie hat es richtig gebockt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zu lachen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich werde gleich mal gucken, wie ich das schaffe, dass ich ins Dorf komme. Ich lese mir mal ein Tutorial durch oder so. Leute, ey. Wenn ihr weiterhin Bock habt auf Lucky Tower Ultimate, weil das ist längst noch nicht alles. Zumindest soweit ich weiß. Wenn ich noch ein Part mache, geht es auf jeden Fall darum, dass wir auf jeden Fall zu 100% aus dem Tower ins Dorf kommen. Wenn ihr da noch Bock drauf hättet, schallert den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop und euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.